Herzlich Willkommen auf Consutec. In diesem Video geht es um die besten Sonnencremes. Der Qualitätssieger in unserem Sonnencreme-Test geht an das Nivea LSF50. Nivea Sun UV3 Protect Sport Sonnenspray mit LSF50 wurde speziell für Sportler entwickelt und bietet sofortigen Sonnenschutz mit sofort Trockeneffekt. Dank hochwirksamen UVA UVB-Filtern schützt die Sonnencreme effektiv vor Hautschäden durch Sonnenstrahlung und sonnenbedingte vorzeitige Hautalterung. Das extra wasserfeste und schweißresistente Spray mit der 100% transparenten Formel zieht sofort ein ohne weiße Rückstände auf der Haut und hinterlässt kein fettiges oder klebriges Hautgefühl. Die Hautverträglichkeit ist dermatologisch bestätigt. Doch das transparente Sonnenspray ist nicht nur gut zu deiner Haut, sondern auch zur Umwelt. Die Formel ist konform mit dem hawaiianischen Riffgesetz zum Schutz der Korallenriffe, indem es frei von den UV-Filtern Oxybenzen und Octinuxat ist. Zudem ist die Formel zu 80% biologisch abbaubar und die Sprayflasche ohne Kappe und Pumpe zu 95% aus recyceltem Plastik. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist das Hawaiian Tropic SSF 30. Wünschen Sie sich eine fenstastische Sonnenbräune mit gepflegter Haut. Dann ist die Sonnenschutzmaske Silk Air Soft Silk Hawaiian Tropic genau das wonach Sie gesucht haben. Ab sofort können Sie die Hawaiian Tropic Sonnencreme und andere Selbstbräuner oder Sonnenöle von der Originalmarke genießen. Dieses Produkt ist laut Hersteller sehr gut für nahezu jeden Hauttyp geeignet. Bitte beachten Sie aber dennoch wenn Sie unter akuten Hautproblemen leiden, sollten Sie sich immer genauer informieren, da wir keine Dermatologen oder Apotheker sind. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Sonnencreme-Test ist das Nivea Sun Sonnenspray. Die Nivea Sun Schutz- und Pflegesonnenschutzprodukte schützen die Haut doppelt. Das hochwirksame UV-UVB-Filtersystem schützt die Haut vor vorzeitiger Hautalterung und Sonnenbrand. Zudem wirkt die feuchtigkeitsspendende Formel sonnenbedingtem Austrocknen der Haut entgegen. Dabei arbeitet sie im Gleichgewicht mit dem hauteigenen Mikrobiom, dem natürlichen Abwehrsystem der Haut. So wird die Haut von innen heraus gestärkt. Die Nivea Sun Schutz- und Pflegeprodukte sind frei von Octinuxat, Oxybenzen, Oktokrylen und Mikroplastik und so konform mit dem habayanischen Riffgesetz. So schützen die Produkte nicht nur ihre Haut, sondern auch die Korallenriffe an ihrem Urlaubsort. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.